Das dritte Video zum Thema nachhaltige betriebliche Mobilität beschäftigt sich mit digitalen Technologien und ihren Anwendungen. Digitalisierung und Automatisierung stellen einen mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnte andauernden Entwicklungstrend in der Fahrzeugtechnik dar. Ein moderner Oberklasse-Pkw ist heute mit bis zu 100 Steuergeräten ausgerüstet, welche alle über ein komplexes Datennetzwerk, das sogenannte Datenbussystem, verbunden sind. Die steigende Anzahl und Komplexität der Steuergeräte stellt eine Herausforderung hinsichtlich der funktionalen Sicherheit und der Kosten dar. Insbesondere bei sicherheitskritischen Funktionen, z.B. bei Antriebsstrang, Lenkung und Bremsen, aber auch bei Fahrassistenzsystemen sind hohe Entwicklungsaufwände zu berücksichtigen. Moderne Autos sind komplexe mechatronische Systeme im Zusammenspiel der mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten. Bereits heute machen die Elektrik-Elektronik-Systeme mehr als 30% der Herstellungskosten eines durchschnittlichen konventionellen PKW aus. Bei Hybridfahrzeugen oder Elektrofahrzeugen ist der Anteil noch wesentlich höher. Neben der Elektrik-Elektronik-Hardware spielt die Software eine zunehmend wichtige Rolle. Hier geht es einerseits um die umfassende und korrekte Darstellung der Funktionen und andererseits um laufende Weiterentwicklungen, welche in die Fahrzeuge im Rahmen von Software-Updates transferiert werden. In modernen Fahrzeugen werden diese regelmäßig stattfindenden Software-Updates über die Internet-Anbindung, sozusagen over-the-air, durchgeführt. Fahrassistenzsysteme, sogenannte Advanced Driver Assistance Systems, ADAS, unterstützen die Fahrerin und den Fahrer. Es gibt verschiedene Stufen der Unterstützung. Vom Level 1, z.B. den Abstandstempomaten, bis zum Level 5, das autonome Roboterfahrzeug ohne Lenkrad und Pedalerie. Insbesondere die höheren Automatisierungsstufen sind heute von großem Interesse, da zeitweise oder andauernde autonome Fahrfunktionen die Möglichkeit bieten, die Steuerungsaufgabe zu übernehmen. Beispielsweise führte Mercedes-Benz als erster Serienhersteller im Jahr 2022 ein Level-3-System ein, welches auf Autobahnen in Stausituationen die Steuerung des Fahrzeugs übernimmt. Die Erwartungen an autonome Fahrzeuge sind hoch. Neben einer Erhöhung der Verkehrssicherheit erwartet man sich gesteigerten Komfort und neue Services und Geschäftsmodelle. Grundsätzlich fraglich ist, ob autonome Fahrzeuge tatsächlich die Verkehrslasten reduzieren können. Bis zur breiten Serieneinführung autonomer Fahrzeuge sind noch einige Herausforderungen zu lösen. Dies betrifft gesetzliche Rahmenbedingungen, die Klärung der Verantwortlichkeiten und natürlich die Entwicklung fehlerfreier und sicherer Systeme. Eine Anzahl an Unternehmen entwickelt zurzeit vollautomatisierte Systeme, also Level 5. Ziel ist die Darstellung von Roboterfahrzeugen, welche zum Personen- oder Gütertransport eingesetzt werden können. Interessanterweise investieren neben den etablierten Fahrzeugherstellern auch große IT-Konzerne beachtliche Summen in die Entwicklung dieser Technologie. Diese Unternehmen erwarten neue, lukrative Geschäftsmodelle auf Basis von Mobilitätsdienstleistungen und der Nutzung der Kundendaten, wie wir sie bereits heute in Internetanwendungen kennen. So können zum Beispiel Möglichkeiten zur Büroarbeit, Unterhaltung oder Werbung während der Fahrt bereitgestellt werden. In verschiedenen Märkten gibt es Sondergenehmigungen, zum Beispiel in Kalifornien, in chinesischen Großstädten oder auch in Europa. Auch in Österreich gibt es bereits mehrere Modellregionen, in welchen autonome Fahrzeuge getestet werden. Autonome Fahrzeuge bieten völlig neue Möglichkeiten zur Gestaltung der Innenräume. Da Lenkrad und Pedale wegfallen und auch die Sitzpositionen nicht mehr nach vorne gerichtet sein müssen, können neue Ergonomie- und Innenraumkonzepte entworfen werden. Diese Folie zeigt Beispiele neuer Fahrzeugkonzepte für autonome, sogenannte People-Mover. Die Passagiere können aufrecht in das Fahrzeug einsteigen und sitzen komfortabel gegenüber, fast wie in einem Zugwaggon. Neben der privaten Nutzung für Personentransporte gibt es eine Anzahl an weiteren potenziellen Anwendungsfällen und Geschäftsmodellen für autonome Fahrzeuge, zum Beispiel automatisierte Personenmobilität als Dienstleistung oder automatisierte Lieferservices. Der autonome Gütertransport ist bereits heute Realität, zum Beispiel in geschlossenen Industrie- und Lagersystemen. Auch auf öffentlichen Straßen kommen autonome Lieferdienste bereits zum Einsatz, zum Beispiel für Essenslieferungen in Kalifornien. Aufgrund der hohen Effizienz und Zuverlässigkeit haben autonome Warentransporte großes Potenzial, sowohl für den innerbetrieblichen Transport als auch für Lieferdienste. Die folgenden Fragestellungen sollen Sie dabei unterstützen, die betriebliche Mobilität in Ihrem Unternehmen zu analysieren und Ideen für neue Fahrzeugkonzepte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auf Folie 9 haben wir für Sie Literaturhinweise für ein vertiefendes Selbststudium vorbereitet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.